Weiter geht er Mach doch einen Glowstone drauf, echt nett in der Mitte Mach du doch einen Glowstone drauf Ich hab keinen Glowstone, okay Mach ich auch bald Ich muss erstmal bald in den Netan, oder das Problem ist, da ist ja ein schöner Gast Genau, also Das müssen wir zubauen, aber das mach ich gleich Mach ich das Hm, das geht nicht, ich weiß es Der kommt doch durch alles durch eigentlich, oder? Ja, aber wenn er dich nicht zählt Ja Okay, ich gebe diesem Ding keine anderen Möglichkeiten als hoch zu gehen Jawohl Was sollte das? Also ich würde langsamer machen Ein trollender Picture Hey, kann es sein, dass es nicht geht? Du brauchst eine Tür oder eine Falltür oder sowas Ja Oder? Also müsste es gehen, aber Und wenn ich dir einfach eine Tür hinstelle? Ja Das wollte ich jetzt holen Perfekt ziehen Was? Oh, nö, oder? Doch, weil wir ja Also hier jetzt eine Tür hinstellen Ja, und dann Und dann Du musst erstmal aufmachen Die Tür Und dann Dann muss es jetzt Jetzt wird erstmal wieder klären Oh, also nebendran So nebendran Hier hin Da ist aber Da hast du so einen Bunker da gebaut Ja Alter, was, wie habt ihr das scha- Alter, hey, hast du ne Schere? Ah ja, hm, sehr sexy Hallo Wie könnten wir das machen? Oh nein, es darf nicht dunkel werden Ich brauch Wieso gibt es hier kein Gras? Ich brauch Samus Ich verleidige nicht Samus Samus Ex Fuck, man Ich brauch Samus Samus ist geil Samus Ich brauch Samus Du weißt nicht wer Samus ist Ich brauch Samus Ja Willst du sie durchziehen oder was? Ne Nein Insiderwitz Okay, ähm Hier gibt's einfach Kei Gras Was ist das für eine schwule Kacke? Wolltest du eben meine Mech beleidigen? Nein Hey, wir haben hier doch zwei Doch, da ist doch ein Schaf Links Ja, hier ist ein Schaf Komm zu mir, Baby Äh, ja, Rockstar kommst du? Warum was muss ich machen? Hier ist ein scheiß Schaf Für was? Brauchst du... Nein Der so wurs einfach fickte Schafe Ich brauch kein Schaf Nein ich brauch Samus Also Samen Hahahaha H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h, halt die Fresse Er will Samen Er gelte da in dem Dinges Er will Samen Alter Ja, ich brauch keir Samen Ich hab keinen Oh mein Gott Ja, äh, ähm Man kann es auch mit dem Genital Es wird eh dunkel jetzt Alter, ich will jetzt endlich rennen Huren söhne da so ja ich hab beleidigt Moja soll dich wohl beeilen ey beeilen Wie heißt das? Sehr sexy Schalter Machst du, dann brechst du deine Beine Er geht es hier dasselbe dann Wenn irgendwas verändert ist, mach die Kacke doch zu! Ist er doch schon. Sie ist zu. Sie ist zu. Aber er hat den zweiten Schalter nicht. Ach, scheiß doch. Der macht doch nichts. Trotzdem, der muss schön aussehen. Ja, war toll. Similisch, ne? Vielleicht. So, hier ist... Och Gott. Ich hab Appen. Ich hätte gar nicht holen sollen. Wie könntest du es zumachen, verdammt? Ich denke, mach mach. Gehen sie mal... Du könntest n Weizen davor machen. Hä? Damit so n Weizen da ist. Ah, da kannst du aber nicht den Knopf drücken. Verdammt. Es muss irgendwie gehen, es muss irgendwie gehen. Oder du könntest außenrum so Steine machen und dann so einen Lavafluss, damit du den Knopf so durchschlagen kannst. Oh, kein Slime. Was? Immer wenn ich nach... Immer wenn ich von hier in die Richtung da hinten gucke, dann wird da immer grün. Ähm, nein. Doch. Doch. Ich hab's auch gesehen an der Lava, gell? Da wird immer... Das wird immer grün. Hinten der Raum. Ich zeig jetzt kurz. Da hinten wird semi-grün. Nein. Okay, Penne. Hast du jetzt... Okay, du musst zum... Ich geh kurz aus dem Spiel raus, weil es ist... Woah! Motherfucker Alien! Oder was... Alien! Alien! Wer hat die Tür offen gelassen? Du! Oh. Fuck you! Konsumieren sie ein Fleisch. Wie geil es einfach ist. Immer wenn du die Tür da offen lässt. Immer. Ja. Obwohl da alles beleuchtet ist. Ich weiß es nicht. Doch. Das ist ja hell. Wie könntest du es zu machen, verdammt? Ich komme einfach auf keine Idee. Wenn du eine Idee hast, dann kannst du sie mir ja... Erläutern. Er... Eräutern. Er... Eräutern. Oh mein Gott. Hellös Herr Eutern. Du könntest einen Wasserfluss machen, ja. Damit das nicht... Und dann der andere Seite auch. Nein. Mr. Superman... Damit das mysteriöser aussieht. Nein, nein, nein. Mr. Superman nicht hier. Hey warum hab ich jetzt nur noch fünf Samen? Ach so, ja stimmt. Du könntest einen halb... Nein, nein, nein. Mr. Superman nicht hier. Du könntest halbes Teil... Nein, nein. Halben Dengstraum machen. Mr. Superman nicht hier. Nee, sag mal jetzt wirklich. Also mit so einem halben... Holz oder sowas... Kannst du so... Halb... Zurecken. Und immer aufmachen und so. Nein. Mr. Superman. Das muss eine Regeln. Das muss eine Regeln. Das muss... Mr. Superman. Auch wenn wir es äuchern müssen. Mr. Superman. Mr. Superman. Hey hier sind ja Mienen. Hm. Geil. Ähm. Da ist irgendwie ausgereicht. Ja da ist bestimmt Lava. Hier ist einfach kein Gras man. Ich brauch Gras. Alter. Kannst doch Bowmiel machen und auf dem... auf dem Wiese knallen. Was? Knallen? Bowmiel. Ich knall dich gleich als Geld. Ich knall Wiese. Ich knall glas anderes. Hast du Knochen? Ich? Nö. Es gibt einfach kein Knochen. Hast du hauptsächlich irgendwo Knochen? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub. Wenn du Knochen hast, könntest du sofort welche machen. Das sind Fliegen. Oh Mann. Was siehst du alles mit deinem X-Ray Blick, Alter? Ich weiß nicht. Ey, es gibt ja Vögel in Minecraft, ne? Nein. Nein. Jo nicht. Die kommen aber weiter. Doch. Die kommen weiter. Es gibt doch mal Schweine. Nein. Nein. Schweine. Nein. 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 Oh Mann, Alter. Okay, was? Ich glaub, wir haben nach 10 Stunden morgen und find' ich ein Stück Gras. Ich hab' dir noch die Beberblancho oder alles weggesnackt. Ja, hundertprozentig. Um ein Samen zu bekommen. Samen. So, ab in den Neter. Ja. Dann brauchst du nicht einfach eine Tür. Warum musst du so einen komischen Gang bauen? Ab in den Neter. Wohl. Jedes Schweinein kommt. Das sieht schön aus. Er ist noch nicht fertig. Ich bin da so... drüber. Ich würd gern mal... Ist das jetzt alles bei mir so dunkel? Bei mir ist das alles so schön dunkel. Danke. Ja, es wird dunkel. Nein. Hä? Ja, seit du in den Neter gegangen bist, ist es bei mir alles dunkler. Okay, das war jetzt hart vorn. Du brauchst jetzt Feuerzeug. Ich hab' gar nichts warm. Du musst jetzt in den Feuerzeug holen und reingehen und dann aufmachen und wieder zurück. Wer? Der Rockstar. Ja, ich hol' dir Feuerzeug. Stopp. Speichern, ja. Fuck, Alter. Scheiß Gäste, Alter. Genau da. In der Zeit versuchst du ihn mal irgendwie woanders dahin zu scheuchen, oder? Nee, wir machen kurz die Monster aus. Dann hol' ich dich rein, Feuerzeug. Hä? Ich muss doch irgendwie in die Hölle kommen und dich zock alleine weiter. Nein. Du baust hier ein Haus im Netter. Gell, wieso hätten die alle noch ein Haus im Netterraum drin. Stellt? Ja. Sprecher schneller, du Sau. Ja, okay, komm, wir lassen die Scheißmonster an. Ja. Du kannst auch die Kugel zurückschlagen. Ja, gerne. Versuchen, ihn hinzubringen. Ich würde mit Lichter markieren, wo du hin kommst, damit du noch mal zurückkommst. Der ist so dumm, Alter. Der verläuft sich einmal zehn Kilometer weit weg. Ja, du auch. Ich hab's zumindest zurückgefunden, du, Alter. Ja, ich auch. Ich hab's jetzt aber markiert. Immer zwei. Nee, mein Landtag. Ich hab's dir gesagt über das letzte Mal. Oh, du hast es gesagt. Ich hab's dir gehört. Nudel-Eier-Kopf. Warte, komm noch nicht in den Netter. Erst wenn ich dir sage. Ich baue die Scheiß-Hölle zu. Äh, das Scheiß-Portal. Ja, die Hölle zubauen. Äh, mit diesen Dinger explodiert er von der Furcht. Ja, aber der seht uns nicht. Ja. Das ist auch wieder W-A-R-Warrr. What the fuck, you muu... Haf-er... Er hat dich gesehen, würde ich errötern. Ja, er örtete es genau. Er qura-tan! Geh, Pic! Uh. Da war er. Da ist eine Brand-Kugel, ne? Ja. Ist immer noch bei dir. Guck mal. Jetzt spült ihr alles. Ja, wo ist der? Haha, du Hosen! Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Yeah! Selbstmachversuch Nummer eins. Sich selbst verbrennen. Schlag dieses Tor zu. Ach, schade. Oh, oh, der lebt nie hier, der lebt nie hier. Hör, ich bin woanders da! Leck mich fett! Ja, der ist da vorne. Der Gamer bleibt. Du? Du siehst doch seinen Namen. Guck nach rechts, rechts, rechts. Zu rechts, links. Ah, bist du blind? Ja, du sagst rechts, rechts, links. Doch, 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 ich sehe dich. Ja, ich auch. Schlag mich durch. Schlag, der geht durch. Hey, hier ist saugeil. Ja, wir nehmen lieber das, okay? Jetzt hast du ein paar Opsidan mehr. Ja. Hä, geh, jetzt haben wir wieder Aufsicht. Ey, ja, du darfst nicht weggehen, ne? Das geht aber knallhartig. Hä? Dann kommst du nur mal rein. Oh. Ah, du bist jetzt gleich. Ha, 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 ha. So, jetzt müssen wir nach da. Da geht's raus. Nein, ich hab doch mitgemacht. Hö? Hier geht's eh die Aufnahme. Noll. Noll. Oh, das glaubst du gerade mir. Das fällt eh rein. Ach du Scheiße. Noll. Okay. So, ich muss ein paar Guineapics töten. Ja, jetzt muss ich ja... Das ist ja jetzt schon gut so, ne? Geil. Ich hab ne Idee, wie ich... Wie hoch wir sind, ey, wir sind ganz oben. Fuck yeah. Du hast dein geister Freund. Du hast so 10.000 Euro Wörter. Er Wörter ist genauer. Ich könnt eh 100 Euro betten, als er jetzt runterfliegt. Komm ja, komm. Ja, du Vollidiot. Komm, nächster. 2 Stück, oh mein Gott. Ja, irgendwann droppen die noch einen Goldnugget. Ja. Ja? Ja. Goldnugget kannst du nicht mehr machen. Kannst Glitzer Melonen machen. Warum? Das ist so gut. Oder einen Goldsparten. Hm. Oder... Ah! Ich glaube beim nächsten auf den kommt Gammelfleisch bei denen. Ja, kommt auch. Ja, also von bei den... Vom Zombie dann. Ich glaub die auch dann. Ja, also kann ich das Fleisch nicht mehr essen. Also wenn du die jetzt noch killst, dann schon. Gammelfleisch kannst du essen, aber dann kriegst du es ja schnell wie Hunger. Hm. Ja. Oh, darum gibst du es deinen Hunden zu essen. Hm. Hm. Also... Jetzt ist am... Am besten, dass du jetzt... Immer mehr killst, damit du mehr essen hast. Mhm. Ich kämpf hier um Leben und Tod nur wegen so schwulen Glosterungen. Und ich geh auch lieber jetzt wieder zurück. Hier überall gibst Glosterungen und klopst nur das, ne? Ja. Ja, weil es grad zufällig da war. Alone at them. Huh. Ne. Ich hab mich verlaufen. Hä? Sehen wir von Daphne? Oh nein. Ja. Oh mein Gott, Alter. Erstmal knallert. Verlaufen wieder. Ja, vielleicht brauch Leiter. Oh mein Gott, wir müssen den Part stoppen. Da geht ja schon fast 15 Minuten. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Part. Ja.